Cool. Was ist los? Jetzt gerade Schulanfang und ganz viele Anmeldungen. Wir haben so viel zu tun, könnten eigentlich eine helfende Hand gebrauchen. Komm, ich habe noch ein bisschen Zeit zu euch helfen. Cool, ja. So, Christina, erzähl mal was ich zu tun habe. Ich komme jetzt in die Bageludenbande und sehe dir dein Schulstarterpaket.